Herzlich Willkommen zurück, schönes Wetter seid, ich bin euer Sly und natürlich könnte ich noch mehr haben. Ja, du hast die Froschdicke, äh, das Schweindicke gemacht, ne? Ich bin die Zutat. Okay, ist das alles in Ordnung? It feels like I'm making the same things over and over. Nothing has flavor. I'm stuck. If you know what you want, I can try. Mhm. Ich muss dir also Zutaten bringen. Obstheim. Ja. Obstheim? Der ist weg. Die armen Schweinchen. Aber ich hab einen Schlüssel. Hey, Obstheimschlüssel. Ach, so schlimm sind die Schweine bestimmt nicht. Krieg ich grad mal einen anderen Winkel? Okay. Der führt mich in den Obstheim und hier sieht's nicht so aus, als wäre irgendetwas Besonderes noch. Ah, und? Ah, und? Also das mit der Kröte und dem Ding Guck mal als müssten da zwei Kröten hin die auf diesen Steinfeldern ist das da und da wird sich so an das ist ein Gefühl I don't know ich glaube wir schauen uns jetzt erstmal die Höhle an und schauen was da drin ist vielleicht ist das auch direkt der Obstheil ich weiß es nicht, wir sehen es ja jetzt gleich oh, ok hier ist eine Glut ich weiß nicht, wir sehen es ah, ok was ok ah ok links links rechts also ich habe die Vermutung Schildkröte Kröte Kröte 1 2 1 2 1 2 1 ich habe aber nur 4 ich habe aber 5 Schildkröten und meine große Problematik ist dass ich hier keine die 2 habe ich durchgängig ah die habe ich durchgängig ah, warte mal 1 2 1 ok ok ich weiß es nicht wir finden es raus ja, wir tun wuuhh nice ich habe es ich habe es der Fox hat der Tod geschlagen sehr schön was haben wir jetzt irgendwas mit Licht und Klarheit Blick in die Ecke die 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 ca ihre rebellion 1 1 2 4 4 4 5 4 3 Ah, fuck. Ah, fuck. Easy. Jetzt mach ich seit Jahren nichts anderes. Es wird einfach runtergewürgt. Da wird gar nicht mehr gekaut, da wird direkt geschluckt. Einfach Seelen retten. Na ja, aus dem FF. Schatten eines ungelösten Kummers. Na, siehste. Das hat mir noch ein bisschen trickgeil zu gießen. Das war jetzt nicht schwer, oder? Ah, ist er ja. Jetzt bin ich so ein Raubfisch. Der wird einfach nur direkt... Ach! Mund und runter damit. Ja. Schönes Rätsel. Weiter. Ich brauche mehr davon. Ich brauche mehr davon. I'm not satisfied. Das ist das Warm-Up-Programm. Muss ich dir nachher die Kröten bringen? Das ist für mich noch eine Frage. Stinkt halt ein bisschen danach. Aber hey. Habe ich jetzt hier oben irgendwie einen Shortcut? Bin ich jetzt hier... Ah! Ich bin hier, Party-Boys. Wieso wird mir das hier angezeigt? Es ist eine Vermutung. Schauen wir mal, wie vermutbar ich bin. Weil das scheint ja eine Sackgasse zu sein. Ist nicht richtig. Waren hier die Statuen? Waren hier Statuen? Waren hier Statuen? Hm. Ich glaube nicht. Hier waren... Keine Statuen. Aber hier ist eine Frucht. Vielleicht... Kann ich die ihm bringen? Vielleicht nimmt er die an. Hm. Das ist möglich. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Komm. Gib mir die Frucht. Und... Kann mit dem da dann sowieso nichts anfangen. Kann ich das da gleich auch der... Wisse. Kann ich's gleich dem Party-Boy bringen? Ja! Eine Frucht für dich. Äh. Schon wieder zurück? Ja. Äh. Wie geht es dir? Die Schweine? I'm still trying to perfect this. What? Have you looked in at me, Orchard? Is anything left? Die Schweine? If you ever want to feel good about your cooking, feed a piggy. Äh. They always ask for more. But then later you see them eating small shoes. Grüne Sauce? We call them apples, but I don't think they are apples. You could be wrong. They taste... A bit wrong. But if you boil them, then they taste... Wrong... In a different way. Hahaha. Falsch auf eine andere Weise. Obst sein? Okay. Na dann. Hülle. Hülle. Ich lass die Frucht mal hier. Nein. Ich will wieder gehen. Ich, ja, ja. Tschüss, 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 tschüss. Hier, guck mal vor hier. Hm. 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 Was fühle ich bei dir nicht? Warum komm ich da nicht rüber? Ah. Was ist das denn? Oh, hallo. Oh. Der kleine Grasweg dann da sein. Habe ich gar nicht gesehen. Das sieht nicht so aus, als könnte man da vorbeigehen, aber funny. Okay, das war süß. Das war sweet. I like. Schönes kleines Rätsel. Schönes kleines Rätsel. Aber sie wackeln auch mit dem Popo. Ja. Möchte ich mal sagen. Also sie wackeln mit dem Popo und sind sehr süß. Ich will nicht mehr mit der Wahl. Cooles kleines Rätsel. I like. Ja, dann haben wir hier jetzt glaube ich alles gelöst. Ge weg Krähe. Niemand mag ich. Ey, frag mal für'n Freund aber. Why? Hüpf. Gutes Schwein. Oh, nimm das? Oh, nimm das. Guck mal hier. Da sind die Froschstatuen. Was hat das mit den Froschstatuen auf sich? So. Was ist hier unten? Und warum kann ich hier lang? Und nun? Das ist jetzt aber nicht nett. Ja, kann ja nicht immer nett sein, ne? Wann kommt der denn her? Freund Stein? Ha, 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 ha. Da hat der kleine Smart Fox wieder zugeschlagen. Wir haben auch den Riecher. Ja, ich würde sagen, hier hervorragend gelöst. So. Seht ihr? Da oben ist auch noch so'n Frosch. Was hat das mit dem Frosch auf sich? Was hat das mit dem Frosch auf sich? Was hat das mit dem Frosch auf sich? Ah, wait a minute. Hier kam ich nicht weiter. Aber da unten, guck mal. Da sind ein Frosch und vier Froschstatuen. Seht ihr das? Das stinkt doch verdächtig. Das stinkt doch verdächtig. So, drei weiß ich aber. Wo ist vier? Hat einer irgendwo eine Froschstatue gesehen? Ich weiß, dass hier oben nur eine steht. Ich werde die ganze Zeit suchen nach Froschstatuen. Ich muss mal grad schauen, hier ist irgendwie Stein oder Triggert hier immer die ganze Zeit. Ah, da kann ich ihn abstellen. Okay, deshalb Triggert ihn. Da gibt drei Frische, mein Freund. Mir fehlt der vierte. Ist er am Anfang? Habe ich das hier vorne vielleicht irgendwann übersehen, dass hier einer steht? Ich sehe keinen. Froschstatue, Froschstatue. Hm. Vielleicht aus einem anderen Bereich. Ich sehe sie auf jeden Fall nicht. Es würde Sinn ergeben, wenn sie hier wäre. Doch, und gehen wir erstmal rüber. Ha. Ich bringe die Froschstatue mal dahin, wo sie gehört. Weißt du, da kann ich mich auch ewig tot suchen. Mal soviel dazu. Ne? Hast du die drei da abgestellt und denkst, da muss der Väter doch auch noch irgendwo in dem Bild hier sein. Ja Bullshit. Wird wahrscheinlich auch ein Tagebucheintrag sein. Gehe ich von aus. Oh, da ist hier ein geheimer, geheimer Freund drinne. Ein geheimer Freund wahrscheinlich. Ein geheimer Freund. Alles klar, niemand hat sich wieder versteckt. Das sind übrigens meist die kniffligen Rätsel, ne? Ist mir schon mal aufgefallen. Wir suchen nach einer Reihenfolge. Ich wusste, sie hatten keine Wahl. Und jetzt haben sie versucht. Ist auch so tierisch laut, ne? Immer mal grade. Kann ich lautstärke? Hier kann ich nicht, ne? Ha! Sucker. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich muss ja irgendwie da oben drauf. Das bringt mir ja gar nichts. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn? Ich call den Shit so. Weil das der letzte ist, den ich nicht gebrauchen kann. Und ich muss... Call das in der Reihenfolge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Oh, fuck it. Das rätselmein noch. Jetzt muss ich hier einen hinkriegen. Das rätselmein noch. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das... Da ist mein Stolz dann doch jetzt zu groß. Das will ich gelöst haben. Und das ist die Rätsellösung. Sag doch! Kann man ganz sagen. Nachdem ich das erste Problem gesehen habe, dass da keiner durchkam. Dann gehe ich so. Hm. Da muss ja irgendwas sein. Sehr schön. Passt du uns doch wunderbar an die Aufnahme. Das freut mich sehr. Eine weitere Seele. Schönes Rätsel. Schönes Rätsel. Das war... Du müsstest mir mehr denken. Sehr nice. Hm. Der wird noch ein bisschen chillen. Ja, ja. Catch you up. Ist okay. Schönes Rätsel. I like. Das war erfordert. So. Jetzt gehe ich noch mal kurz zum Campfeuer, um sicher zu gehen, dass ich gespeichert habe. Und dann... sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich würde sagen... Das war doch schon mal... Nein. Reicht ihm das eigentlich schon? Wahrscheinlich könnte es schon reichen. Die anderen beiden sind glaube ich immer objektiv. Ich würde jetzt zuhören. Ich möchte anderen helfen. Ja, das ist okay. Ich will aufhören. Ich möchte weitermachen. Ja, ja. Ich weiß. Ich brauche mehr Zeit. Danke. So. Wir sind's in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao. Ich hoffe ein Kim wiele.